so leute letzter tag bobek sports center schrägstrich campingplatz schöner platz hier definitiv würde ich auf jeden fall wieder herkommen das hier strom genug ruhe jetzt im mai kletterwald dann hier ein bisschen wasser schmutzige klamotten ein bisschen bier dann ist hier außen daran eine rafting schule die haben heute den ganzen tag erklärt wie was wo funktioniert mit dem ganzen gedöns schnüren karabinen seilen und das boot selber und ansonsten ja super gegend wie gesagt hier kletterwald kannst du dich austoben wenn du es kannst sehr schön hier wirklich alles sauber alles aufgeräumt echt genial die besitzerin von dem campingplatz die kannst du anrufen die wohnt gleich in der stadt und wenn sie zeit hat ist innerhalb von fünf minuten da wenn es mal ein bisschen länger dauert maximal eine halbe stunde und das ist ihr büro richtig feines ding hier kannst du hier die lizenz machen zu klettern schrägstrich rafting ja und natürlich die pampa hier wunderschön echt klasse hier adventure park go weg ja 13 euro kostet die nacht und das ist schnell einfach und unkompliziert blaue wasser und und Untertitelung. BR 2018 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 Ich muss gucken. Butterfall. Ich muss gucken. Schade. 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 Schade.